Hey ihr Lieben, ich bin sogar die Eva von Evas Backparty und mir ist letztens aufgefallen, dass ich euch noch gar keinen Fanta-Kuchen auf meinem Kanal gezeigt habe, obwohl es einer meiner Lieblingskuchen ist. Ja und da jetzt momentan Erdbeerzeit ist, zeige ich euch heute nicht die ganz klassische Variante, sondern so eine abgewandelte Erdbeertorten-Fanta-Kuchen-Variante. Ich überlege mir noch, wie ich das genau nenne. Aber der Kuchen ist richtig lecker, denn wir haben diesen saftigen Fanta-Kuchen, dann unsere frischen Erdbeeren und obendrauf diese ganz typische Schmandcreme und wer mag, kann obendrauf noch Zimtzucker geben. Aber natürlich könnt ihr auch eine ganz klassische Variante daraus machen. Wir brauchen drei Eier, 75 Gramm Zucker, 150 Milliliter Fanta, 225 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Für den Boden werden jetzt zuerst die Eier mit dem Zucker aufgeschlagen, etwa 10 Minuten, bis die Eier richtig schön standfest sind. Sobald die Eier richtig schön hellgelb sind und deutlich an Volumen zugenommen haben, können wir noch unsere Flüssigkeiten hinzugeben und die werden einfach nur kurz untergerührt. Währenddessen könnt ihr das Mehl mit dem Backpulver vermischen und ich siebe es auch immer, damit ich später keine Klümpchen im Teig habe. Die trockenen Zutaten werden dann löffelweise zum Teig hinzugegeben und es wird nur auf niedriger Stufe kurz untergerührt. Sobald sich alle Zutaten zu einem glatten Teig verbunden haben, können wir unseren Teig in unsere Form füllen und ich verwende hier einen 24 cm Tortenring. Ihr könnt aber genauso gut auch eine Springform verwenden. Der Pfanderboden kann dann in unseren vorgeheizten Backofen wandern. Den habe ich nämlich auf 160 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt und er wird ungefähr 30 Minuten brauchen. Ihr kontrolliert einfach mit der Stäbchenprobe. Nach dem Backen erhalten wir so einen richtig leckeren, saftigen Kuchenboden und ich hatte ihn heute sogar nur 22 Minuten im Backofen, weil er dann schon fertig war. Deswegen ist immer wichtig, dass ihr den einfach im Auge behaltet und immer mit der Stäbchenprobe kontrolliert, ob er fertig ist. Ja und da stellen wir jetzt noch unseren Tortenring außen herum, damit wir jetzt noch lecker füllen können. Falls ihr keinen Tortenring habt, könnt ihr natürlich auch einen Springformrand verwenden. Wenn der Kuchenboden dann richtig schön abgekühlt ist, können wir ihn noch mit unseren Früchten belegen und mit der Creme bestreichen. Dazu brauchen wir 600 Gramm Schmand, ca. 700 Gramm Erdbeeren, 400 Milliliter kalte Schlagsahne, 50 Gramm Erdbeermarmelade, 2 Esslöffel Fanta und zum Festigen verwende ich 6 Teelöffel Sanapart. Anstatt mit leckeren Erdbeeren könnt ihr den Kuchen natürlich auch ganz klassisch mit Mandarinen herstellen oder die Früchte auch komplett weglassen. Und da ich den Kuchen ja heute mit Erdbeeren belege, nehme ich mir immer meine Erdbeermarmelade, mache sie mir etwas warm und verstreiche sie auf dem Tortenboden. Dann haften nämlich später die Erdbeeren richtig gut da drauf. Damit wir den Kuchenboden jetzt noch mit unseren Erdbeeren belegen können, habe ich sie jetzt schon gewaschen und werde sie jetzt noch putzen. Ein paar der Erdbeeren werden auch halbiert, denn die setzen wir gleich an unseren Tortenring an. Dann sieht es nämlich später richtig hübsch aus, wenn wir den Tortenring abziehen. Wenn daran dann mit den halbierten Erdbeeren bedeckt ist, könnt ihr euch eure restlichen Erdbeeren nehmen und in der Mitte verteilen, bis der komplette Boden bedeckt ist. Am besten sucht ihr euch die Erdbeeren heraus, die ungefähr die gleiche Größe haben, dann habt ihr nämlich später ein schöneres Ergebnis. Den Kuchenboden stelle ich jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank, weil wir jetzt erst noch die Creme vorbereiten. Für die Creme verrühren wir zuerst den Schmand mit dem Fanta und wenn es dann richtig schön cremig ist, können wir unsere Sahne hinzugeben. Die Sahne-Schmandmasse wird dann so lange aufgeschlagen, bis sie anfängt einzudicken und danach können wir das Sanapath hinzufügen. Anstatt Sanapath könnt ihr selbstverständlich auch ein anderes Geliermittel verwenden. Da müsst ihr einfach auf der Packungsrückseite nachgucken, wie ihr das zubereiten müsst. Sobald die Creme eine schöne feste Konsistenz hat, könnt ihr die Küchenmaschine ausstellen. Natürlich müsst ihr die Creme nicht mit einer Küchenmaschine zubereiten, da langt natürlich auch ein Handrührgerät. Ich stelle die Creme immer ohne Zucker her, falls ihr lieber die süßen seid, könnt ihr natürlich auch noch etwas Puderzucker unterrühren, aber ich finde der Kuchen ist so süß genug. Unsere leckere Creme können wir jetzt auf den Erdbeeren verstreichen, da müssen wir darauf achten, dass wir die Lücken gut füllen und die Oberfläche wird dann richtig schön glatt gestrichen. Bevor wir den Kuchen servieren, stellen wir ihn jetzt erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank, damit er richtig gut durchgekühlt ist. Bevor ich den Tortenring abnehme, bestreue ich die Oberfläche noch mit Zimtzucker, dazu verwende ich ungefähr 10 Gramm Zucker und einen Teelöffel Zimt und wer kein Zimt mag, kann natürlich auch die Oberfläche mit Kakaopulver bestreuen. Der Zimt wird jetzt einfach mit dem Zucker verrührt und dann über die Tortenoberfläche gestreut. Nachdem die Oberfläche mit unserem leckeren Zimtzucker bedeckt ist, können wir dann noch den Tortenring abnehmen. Der Fanta-Kuchen ist jetzt so fertig und kann serviert werden. Ich habe sie jetzt heute in einer runden Form gemacht, so ein bisschen Torten-ähnlich, aber natürlich könnt ihr das Rezept auch für einen Blechkuchen verwenden. Falls ihr das Rezept nochmal nachlesen wollt, könnt ihr gerne auf meiner Webseite evasbackparty.de vorbeischauen. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir Bilder auf Facebook und Instagram zusendet. Dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!